Also so funktioniert das gar nicht. Nochmal alles auf Anfang. Wir müssen unbedingt einen Trailer machen. Boah, ja, ich weiß, aber ich brauche jetzt echt erstmal einen Kaffee zum Waffen. Ich auch. Oh, fuck. Also so kannst du jetzt wirklich nicht mehr zum Interview gehen. Nee, du hast recht. Was mache ich denn jetzt? Lass uns doch ein Video machen. So 10 Dinge, die ein Dogspotter auf keinen Fall tun sollte. Nee, das ist zu lang. Lass doch krasse Special Effects benutzen. Das sieht doch cool aus. Und dazu epische Filmmusik. Das ist zu viel Star Wars und zu wenig Inhalt. Ja, und was hat das außerdem noch mit Dog zu tun? Absolut nichts. Leute, ich habe eine Idee. Wie wäre es, wenn wir die Dog-Taube animieren würden? Ja, das passt doch voll gut zum Dog. Eine Taube animieren. Niemand von uns kann das. Ja, und aus diesem Grund habe ich für uns mal was vorbereitet. Oh, wie soll ich das sagen, damit du es verstehst? Äh, nein. Was wir jetzt unbedingt brauchen, ist ein QR-Code. Äh, klar. Und wozu? Für Klicks, Likes und Fame. Ja, benutzt heute bitte schon noch QR-Codes. Meine Oma. Dann hätten wir auch gleich einen Schwarz-Weiß-Film drehen können. Nein, nein, bitte mehr Farbe. Oh, ja. Ach, so war es auch nicht gemein. Hey, wie meinst du sonst? Das ist doch voll gut. Aber das sieht doch auch nur ein Slow-Mo gut aus. Also so funktioniert das gar nicht.